Das Projekt Jugendfeuerwehr to go aus Bienenrode. Wie begeistert man Mitglieder für die Feuerwehr, wenn der Übungsdienst nicht mehr stattfinden kann? Für die Jugendfeuerwehr Bienenrode stand fest, ein neues Konzept muss her. Ganz nach dem Motto Jugendfeuerwehr to go entwickelte sie Themenboxen, die im wöchentlichen Wechsel an die Jugendlichen geliefert wurden. In den Boxen fand jedes Mitglied Ausbildungsmaterial und eine neue Wochenaufgabe. Abends wurde die Aufgabe in einer Videokonferenz erklärt und das Thema näher besprochen. Auch die soziale Komponente kam nicht zu kurz. Zu Beginn der Übungseinheit war genügend Zeit, um sich persönlich auszutauschen. Durch das Konzept wurde der Übungsdienst von zu Hause aus ermöglicht und das Miteinander trotz der Distanz gestärkt.